Luigi, mir ist langweilig. Mir ist auch langweilig, Mario. Alter, nach draußen ist Schnee. Cool. Hey, Luigi, hast du Lust, mit mir nach draußen zu gehen in den Schnee? Na, ja. Komm, wir müssen uns umziehen. Ja, komm mit. 5 Minuten später. Okay, Luigi, bist du bereit? Ja, Mario. Da geht's los. Ich freu mich auf Schnee. Oh, meine Katze? Ne, geh nicht mit. Und das ist der abgeschlossene Wege. Katzen dürfen nicht. Na gut. Guck mal, Luigi, so viel Schnee. WTF? Komm, in 1, 2, 3 fallen wir runter. Ui. Oh, meine andere Auge. Oh, Mario, das ist so kalt. Zum Glück habe ich Handschuhe an. Ja, ich auch, oder? Oh, Schnee ist viel. Gut. Ey, Luigi, haben wir Lust? Ey, warte mal. Nimm mal den Schlag. Hey. Mario, hör auf, das reicht. Du hast schon geworfen. Nee. Pass auf. Oh, oh. Ah, du hast mich nicht geworfen. Aber jetzt. Au. Komm, lass es einen Schneeengel machen. Habe ich schon. Ey, meins sieht denn als Mario aus. Das ist doch geil, Leute. Und das Pool, wenn das Pool angefroren ist, das Eis. Lass das nicht so aus sein. Oh, Luigi, warte. Ey, Mario, komm. Wir mauern einen Schneemann. Wir rollen erst mal. Ah, meine Hände. Luigi, hilfst du mit? Ja. Den Schneemann lassen wir. Ey, guck mal, wie sieht ich aus, Mario. What? Ah, jetzt ist besser. Au. Ah. Komm mit, warte. Ey, mit dieser Stange. Ich lecke einmal. Leck mal. Leck, leck. Au. Mir geht's gut, Mario. Mir auch. Ich weiß nicht, warum man angefroren ist. Ja, das ist so. Komm, Luigi, vergiss mal mit dem Schneemann. Es macht richtig Spaß. Guck mal, wie viel weiß das ist. Haben wir Lust, einmal zum Pool gehen? Nee, der brecht ab. Guck mal, hier ist kein Schnee. Oh, Luigi, ich glaube, meine Hände frieren ein. Boah. Boah. Boah, WTF. WTF, WTF. Wieso geht das Schnee nicht? Warte. Komm, lass uns weiterspielen, Bruder. Was wir gemacht haben, ist Schnee wunderbar. Au. Unser Nachbar hat ein Hund. Ja, genau. So kann man das passieren. Hey, wie sehe ich aus? So sehe ich lustig aus. Und die... Das geht nicht. Ich sehe einfach so aus. Wie ein Wolken. Komm, lass uns Schneemalsschlacht machen. Nee, das ist besser. Keine gute Idee. Doch, natürlich. Wir machen den Schneemalsschlacht. Und Ben. Und Ben. Und Ben. Und Ben. Und Ben. Und Ben. Das reicht. Komm, wir gehen besser rein, Mario. Ja, okay. Es hat euch gut gefallen. Den Schneemal bauen wir im nächsten Januar. Wie auch immer. Das dauert so lange bei euch. Okay, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.